Ja Leute, was geht? Habe ich wieder gekommen zu einem neuen Video. Ich wollte nur kurz sagen, äh, kann mir irgend so ein Schlaubi-Schlumpf von euch sagen, geht mal auf die Epic Games Seite. Ich wollte mir nur diesen Mode angucken, wie der geht. Also was der, wie der Mode halt so ist. Dann habe ich aus Versehen auf Quadrat gedrückt und mir den gekauft. Jetzt habe ich nur noch 400 V-Bucks. Ich wollte auf Quarais drücken. Jetzt habe ich mir den aus Versehen gekauft. Und hier, das kann ich nicht mehr machen. Kann mir bitte irgendein Ehrenmann sagen, wie ich zu Epic Games schreiben kann, dass die den Mode zurückmachen sollen? Bitte, wäre auf jeden Fall so ehrenhaft, weil der Mode, ich will den Mode nicht. Was bringt mir, was bringt mir das hier? Ey Leute, bitte, bitte sagt das. Kuss geht raus. Bye, bye.